Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK! Ja, ich habe jetzt knapp eine Woche nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich habe ein paar Updates verpasst. Und wir schauen jetzt einfach mal, ob es ein bisschen stabiler läuft. Und wenn nicht, das liegt ja auch vorher schon annehmbar. So, ja, ich sehe schon hier Jurassic-Ark-Update. Und ja, ich habe einiges verpasst. Aber einen Moment. Egal. Join ARK. Wir schauen jetzt einfach mal. Und ich hätte gerne einen mit wenig Ping. PvP. Nee, eigentlich bin ich ja eher für PvE. Was haben wir hier? PvE, das sieht doch gut aus. 7-4-0. Ich habe die 7-4-0. Ist natürlich auch was. Gibt es hier irgendwie mehr Zeug? Da kommt jetzt der Pink. Wenig Pink ist immer gut. Nennen wir doch mal einen deutschen Server. Jo. Ladebalken. Wohl noch nicht mal. Jetzt komme ich natürlich nicht auf den Server. Doch komme ich. Jetzt Ladebalken. Wollen wir mal schauen. Ich habe natürlich jetzt keine Möglichkeit die FPS mehr. Egal. Na komm. Auf. Auf, du netter Ladebalken. Aber das ist ja nicht nur einer. Der ist ja... Der geht ja andauernd. Wupp, 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 wupp. Da weiß man nicht. Wie kurz bin ich vor dem Loslegen? Hm. Egal. Mal gucken was ich alles verpasst habe. Gut. Race Room? Oh, nicht schlecht. Übrigens den Kerl Kerl Kerl. Willkommen und für... Äh. Entschuldigung bestimmt noch... Äh. Äh. Serverstart ist um 6 Uhr. Weitere... Ja. Ja. Ich gehe auf den deutschen Server und was sehe ich gleich? Spricht einer Englisch. Gut. Machen wir wieder so. Download Arc Survivor. Äh. Download Arc Survivor. Was haben wir denn hier? Gut. Create. Warum reden wir jetzt schon wieder Englisch? Ich bin hier extra nicht auf dem deutschen Server und... Ja. Die Sonne flackert zum Haus. Ist schon mal... Äh. Ähm. Oh oh. 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 Kann nicht sein, dass ich gerade mitten... Dass ich gerade mitten in einer Horde Raptoren gelandet bin. Jetzt doch Respa. Hoffentlich heiße ich dann auch noch weiter. So. Die Sonne flackert immer noch. Wir sind wieder am Strand. Und da vorne sehe ich doch schon wieder einen. You were killed. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Warum sieht das jetzt schon wieder so schlecht aus? Warte mal. Oh. Hier steht jetzt. Server Ping. Hat sich hier doch was getan? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall. Apply. Save. Gut. Läuft annehmbar und sieht nicht mehr ganz so schlimm aus. Kann ich mir irgendwo hier die... Mh. 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 Nein. Schade. Egal. Doch es läuft. Es läuft annehmbar. Es gefällt mir. Stimmt mit Eva aufheben. Ups. Kann ich ja allen Scheiß wieder aufnehmen oder was? Ja. Egal. Wir sind wieder ein Ark. Man merkt es schon. Wir kloppen wieder. Wir kloppen wieder Gengbeunen. Alles gut. Ja. Läuft. Oh. 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 was auch immer das ist es interessanter interessant aus nee das ist ich will kein konsole wo ist denn inventar gefunden wo sind eigentlich meine ganzen server gewechselt was braucht man nur ein patch keine ahnung nicht eigentlich irgendwer seit dem letzten mal habe ich bisschen angst getötet zu werden ja das müsste doch schon lange damit ich wenigstens warum sind warum bin ich wieder level 1 muss ich auf dem server bleiben scheint dann wohl so gut dann werde ich mir den vormerken das geht irgendwie nicht fun killer wird muss ich mir halt dann merken ich weiß immer noch nicht mehr wie vorher das ist das interessante daran ich habe mich nicht informiert schreiben einfach mal läuft solange ich gleich kommen let's play jay ein level ab diesmal weiß ich ja wenigstens grob was ich zu tun habe ist natürlich interessant der einregen deutsch der andere wird in englisch ich mag so was baumfeld schon wieder kann ich das mitnehmen gehen wir mal auf helfe helfe sind wir gut das brauchen wir auf jeden fall und ich würde mal sagen ich nehme noch ein sperr mit welcome to early access wer das immer noch nicht weiß tut mir leid was brauchen wir schon wieder noch ein paar flint und stone das könnten sie von mir aus gerne mal raus bringt bringt es mir was wenn ich hier drauf klopfen gut verarsche kaputt kaputt man zum aufheben muss ja den scheiß wieder aus der hand nehmen aber wie gesagt welcome to early access ja leute das ich finde es immer wieder lustig wenn leute über early access spiele rummeckern ok der scheiß geht doch kaputt finde ich ja jetzt lustig komplett zerstörbare spieler welt denn ist mir jetzt sogar neu das weiß ich auch warum in der letzten oder vollletzten folge ich meine es gibt ja bis jetzt nur zwei warum der eine stein da hinter mir umgefallen ist weil der wärme harvesten kraften ach ihr wisst schon was ich mein war klar wow das hat aber viel gegeben jetzt guten flug baumfeld so campfire nehmen wir natürlich mit wenn ich davon noch genug habe nehme ich natürlich habe ich noch ein sperr mit jetzt habe ich nichts mehr schade bevor wir darum meckern ja wohl es sieht noch ganz gut aus so einzige problem ist jetzt nur jetzt habe ich schon wieder keine bären mehr wir müssen auf bären jagd habe ich mir das falsche spiel für ausgesucht dafür müssten wir dann wieder rust spielen toll du stehst mir in der sonne deswegen wirst du jetzt gefällt hehehehe gut bist du ein besonderer stein oder warum bist du so dunkel nein so wir nehmen natürlich mal wieder alles an bären was wir kriegen und schau mal wie weit wir diesmal kommen tinto berry warum krieg ich für sich so viel fieber ich meine habe ich nicht zugegen viel zeug zu kriegen ach so hat er denn nebendran gleich mit aufgebaut so so und so und so gerade wollte ich sagen äh ich bin noch kein dino begegnet aber ganz stimmt das ja nicht weil hab der das gehört ist hier irgendwas zum töten oh ein dodo yay ähm ja ich würde den gerne wieder loslassen und cool ah mehr nicht schade na das ist doch schon mal ein anfang wir haben ein bisschen fleisch dann will ich auch gleich mal braten kann ich auch jetzt schon essen hm 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 nein wir hauen da aber vorher mal ein campfire tadaa aber dafür muss ich ein bisschen boot reintun gut und was ist wenn ich das jetzt hier rein tue lightfire so 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 äh wie kann man eigentlich wann kriege ich jetzt mit wann das fertig ist das wie viel essen habe ich denn eigentlich noch das sieht diesmal schon eindeutig besser aus ich bin dehydriert wieso bin ich jetzt plötzlich dehydriert vielleicht weil ich zu einem feuer stehe oder was so das wird mir doch wohl ein bisschen wasser geben hoffe ich so nein jay kohle nimm auch mit das bisschen holz nimm auch mit äh hups option kaputt machen hey ja jetzt kann das keiner mehr benutzen ja so gemein bin ich soll ich mich mal mit dem anlegen was hat denn der für ein level level 3 auf gehts falkling kommt zurück äh da hängt ein baum die betonung liegt auf hängt und ruckel 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 Stamina kann man ja gebrauchen was ich aber auch gebrauchen könnte wer das jetzt habe ich nur noch vier was kann ich noch gebrauchen wie wärs mal mit ein paar hosen so man kann natürlich nichts von doch kann ich cool was brauche ich hier für heid wir kriegen ja wir kriegen jetzt schon wieder heid her lex ja aber wenigstens schon mal ne hose oh da ist doch schon wieder mein freund der dodo hihihi das ist jetzt nicht besser wenn ich hier drauf kloppe hier mit drauf kloppe oh ja krieg gleich sechs stück Kohle nehme ich mit so so jetzt darf ich mich aber nicht so weit weg uuuuuh das sind doch schon wieder diese aggressiven neeein coole sache coole sache hab's geahnt ach man ach man ich komm nicht mehr in den Inventar wollte ich gerade sagen gut aber water ist schon wieder so tief ich brauch Beeren mhm mhm scheiße mir geht schon wieder das Wasser aus die Beeren geben wenn ich die Set raussehe mhm 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 ich muss mich nichts von kaufen so jetzt ist mir kalt was ist denn hier kaputt wenigstens ist ein bisschen Fleisch rausgekommen tut das da wenigstens auch oh gott nein Das gibt's doch nicht. Und mit diesem Tod beende ich auch leider schon die Folge. Gehabt euch voll und tschüss.